Servus alle. Ich habe gehört, es geht um Nachwuchs. Ich habe gedacht, ich werde ein paar Sachen geheim finden, die vielleicht ein bisschen Geld einbringen bei der Versteigerung. Ich habe heute das All-Star Team Dress erfunden. Noch ein Schläger. Ich hoffe, ihr bietet es alle brav, dass ein bisschen Geld einbekommen für Nachwuchs. Danke.